Hallo und herzlich willkommen zurück zu... Ah, Entschuldigung. Mann, musst du jetzt, würde ich die Aufnahme spüren, wenn ich jetzt hier so intim mit dir werden wollte? Äh, äh, ja. Okay, FSK 18! Es ist nach 22 Uhr, alles gut. Ja, hallo, wenn die das angucken, ist vielleicht morgens oder mittags. Ja, verdammt, stimmt. Egal. Habt nix gesehen, habt nix gesehen. Ihr habt nix gesehen. Ihr macht einfach den Ton ganz leise, guckt, dass keiner da ist und dann passt es. So, wer bei mir die letzte Folge gesehen hat, der weiß, dass ich hier Bammel hab, hier drin. Oh, hier hab ich Eisenerz vergessen. Egal, nehm ich nachher mit. Und zwar will ich jetzt meinen inneren Schweinehund bekämpfen und mich der Angst stellen und sterben. Also richtig böse auf die Fresse fallen. Genau. Das heißt, es wird wahrscheinlich der kürzeste Kampf ever werden. So, ich geb mir mal selber so ein paar Sekunden, dann bin ich tot. Ach man, bist du optimistisch. Ja, immer doch. Ich merke das schon, ich merke das schon. Wo ist denn jetzt der verkackte Witz? Ah, ich wollte gerade losbrüllen hier. Weil hier ist nämlich was, was ich überhaupt nicht mag und das sind die scheiß Hüllenspinnen. Und ein Creeper natürlich. Und ein Creeper natürlich. Echt jetzt? Na, freilich. Alter. Oh, ich hab Golderz gefunden. Wie schön. Warum? Ah ja, stimmt. Ich hab's ja hier... Ah, du bist eine normale Spinne. Oder? Bitte sei eine normale Spinne. Nein. Du bist eine normale Spinne. Nein. Hey, aber das Gute ist, der Creeper hat den Zombie gekillt. Äh, den Skelett gekillt. So, schon hat's früh. Alter, wie viel Erz ist denn hier? Wenigstens eines... Wenigstens ein Erfolgserlebnisse. Ja. Hier ist voll viel Erz. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Oh, nee. Also ich hoffe mal nicht, dass jetzt ein Creeper hier bei mir ins Loch einfällt, weil sonst war's das mit mir. Dann war's echt ziemlich kurzer Auftritt. Ich sag's ja mal nix. Okay, was wollte ich jetzt? Ich wollte... Wo sind die Enderperlen? Da. Ja, weil ich bin hier in der Höhle und er spielt mit Enderperlen rum. Ich glaub's ja nicht. Ich kann's halt. Du bist ein oller Angeber, aber mehr bestimmt nicht. Was? Ich doch nicht. Ich niemals. Nein. Nein. Kommt mir alles nur so vor. Haben wir hier eine... Am besten große. Natürlich nicht. Haben die Iron Chest drin? Nein. Nein. Ach, was soll ich denn hier? Welche Truhe nahmen wir? Äh. Ach, ihr kriegt doch ein Ei. Ach, du wirst keine. Äh. 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 So, das hab ich da. Das hab ich da, das hab ich da, das hab ich da. Ah, der Packe, wo war jetzt? Okay, da ist es dunkel, das gefällt mir nicht. Aber ich bin neugierig. Ich hab dein, 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 äh, Status Quartz gefunden. Ist schön, davon werden wir noch ne ganze Menge brauchen. Also, eine Truhe, du kommst mal her, weil du morgens dorthin konfigurieren, da Input. Okay. Jeder, der sich für Technik interessiert, kann zu ihm rüber gehen. Aber den Output-Creeper, weil wir da stehen, ansonsten, ich spüre dir. Ja, alle, die jetzt da drunter schreien. Es war mir so klar. Verzieh dich. Du hässliches Stück. Hab. Ich bin doch schon weg. Du doch nicht. Ah, ja, ja. Entschuldigung, du hast gesagt, hässliches Stück. Kann mir mal irgendjemand mir fallen tun und irgendjemand den Bängel erziehen. Oh. Aber ich glaub, da ist Hopfen mal es verloren. Ja, da müssen schon Maschinen kommen, keine außerhalb der Seite. Oh. Was. Ach, f***. Schreit doch nicht so. Ich hab ihn gerade erschrocken, entschuldige bitte. Hm. Weichei. Oh. Sag dir, der Schiss hat drunter zu jene in der Höhle, ist er. Was bist du denn? Ich bin doch hier unten. Ja, ja. Ich bin tapfer hier runtergegangen. Und ich komm geknickt nach oben. Weil die Boxe voll hast. Vielleicht. Ja, weiter. Ja. Ähm. Ist dahinter was? Nein, das wollte ich doch gar nicht. Ich hab dir die Kram hier ran. Zack, 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 zack. Äh, äh, äh. Okay, hier war ich schon. Hier war ich noch nicht. Hier ist dunkel. Ähm, soll ich dir was sagen? Jetzt kam's. Ich weiß den Rückweg nicht mehr. Und ich hab dir die Portalgang angenommen. Nee, ich bin nicht für Technikfreak. Äh. Ja, ich bin voll oldschool. Wenn ich mich verlaufe, dann richtig. Äh. 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 Jetzt mecker nicht rum, weil sonst behalte ich die Erze, was ich hier finde. Oder schmeiße gleich in die Lava rein. So. What? Das kannst du auch nicht machen. Das ist gut, denn das ist Wahnsinn. Hast du ne Ahnung, was ich kann und was nicht? Ah, stimmt. Ich bin der beste Nicht-Pönner, den es gibt. Äh. Oh, Mann. Ich hör schon wieder Spinnen. Also, ich find, die Spinnen kommen gleich nach den Creepern. Äh. Nein. 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 Du brauchst du eigentlich das Petroleum unbedingt? Äh. 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 Sei denn, wir fangen später an mit, äh, Traincraft. Äh. Dann brauchen wir das Glaube. Ansonsten eigentlich in der Regel, äh. Nö. Nein, Höhlenspinne. Nein, ich hab's gewusst. Ich auch gesagt. Ja, ja. Ach, die vergiften einen gar nicht? Doch, sollten sie eigentlich. Nö, ich bin nicht vergiftet worden. Ach so, ein Nö. Nö. Ich krieg jetzt hier mal bitte mein, 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 mein. Zattus, Quarz, Staub, raus. Scheiße, ich brauche auch Fünfer. Äh. Oh, mein, ne, mal 10. Oh, oh, das wird für den Teuer was passiert. Äh, ich seh jetzt wahrscheinlich. Äh, da war nichts drin. Okay, äh, ich brauche, äh, Zattus, Kast, Glast. Oh. Oh. Oh, Alter, Leute. Da ist ein Braten, ein Eisenbrauch. Nein, nein. Geh weg. Ja, die scheiß Spinne backt hier rum. Was, die backt rum? Ja, ich treff die nicht. Die backt hier hoch und runter. Oh. Ist es doof, geht hoch. Wie soll ich sagen? Mag nicht mehr, ich will hier raus. Da gibt jemand Angst. Nee, Höhenspinnen sind echt furchtbar. Ich weiß, ich brauche es mir mal gesehen. Das hese ich. So. 2, 2, 1, 2. 2, 1, 2. War nur richtig? War nur richtig? Natürlich nicht. Verdammt! ist das laut in der höhle also was machst du ja irgendwas in die luft nein es geht ja aber alter wurde es wird demnächst heißen was es wird heißen in der nächsten folge auf in den jahr ich so sorry ich höre dich nicht da ist kannst du knicken ich höre dich nicht ist immer noch also ich sagte gerade in der nächsten folge heißt es erst mal runter in den jeder ja viel spaß nein 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 doch oh verdammt oh verdammt ich bin tot ich bin tot eine ganze armada von höhlenspinnen ist hinter mir her würde ich sagen hast du da ein das ist eigentlich mein ganzer leben dass er doch okay also können wir doch schon mal nicht weitermachen das heißt wir gehen dann mal auf Tinkor weil das hat sich ja der Gurdl gewünscht er will ja eine vernünftige schmiede vernünftige waffen haben und vernünftiges werkzeug ich hab den Spawner gefunden ich hab den Spawner gefunden das stimmt ich kann mir mal auf die wohl zu kücken und ich sehe jetzt natürlich nicht wie lange wir so ein Augenhänen so ich werde jetzt meinen Deluxe Cheeseburger verdrücken weil dann kann ich nämlich in Ruhe sterben jetzt du bist ein Held ähhhhh genau das natürlich wir brauchen unbedingt das ME System es ist da zu neuern hier wir brauchen unbedingt das ME System es ist da zu neuern hier Ton, Kies und Erde brauche ich ähhhhh Ton, Kies und Sand brauche ich ähhhhh ähhhhh Ton, Kies und Sand brauche ich nicht wie kann ich denn so viel Erde nein das ist schön dass du das brauchst ja Auftrag erkannt gut wie hat er dir das besorgt Gordel Please hold the line du 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 hhahaha ah ich gewünschte der Gesprächspartner ist jetzt halt nicht zu heim bitte versuchen wir es später es noch versuchen wir es später erneut oh nein Mann ich kann hier gar nichts großartig machen hier das ist da ich weiß was ich noch versuchen kann versuchen ähhhhh mein factory reloaded und zwar brauche ich den ernter und nein ja stimmt ja da muss ich ja immer herstellen und gattes film pulverisiertes eisen nickelstaub oder pulver 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 ach leute ey ich krieg ja nichts ich hoffe meine zuschauer haben hier ein bisschen action jetzt wenn wenn nicht wäre es stimmt ne wahrscheinlich sehen sie auch gleich wie ich in die lava fall hm 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 ehr weraffen ich das erste mal ja äh nicht wirklich hm egól du Idea heife würde ich das gern. Was ist denn eigentlich hier oben, weil da alle herkommen? Ich gehe jetzt. Nein, Spitzhacke. Nein. Also auf meinem Server damals gab es nicht so viel Yellow-Read. Ich bin froh, dass es hier welche gibt. Ich bin froh, dass es hier welche gibt. Ja komm, der letzte. Geht doch. Ich bin froh, dass es hier welche gibt. Ich bin in der Jahre ständig. Kannst du nochmal drinnen? Ich muss mir, glaube ich, gleich mal einen Ofen bauen, weil mir gehen meine Spittacken aus. Ich könnte dir gerne einen runterbringen. Du wirst mich nicht finden. Stammvoll. Da kannst du durchaus recht haben. Und dabei habe ich so viele schöne Sachen für dich. Hier zum Beispiel, die Rehren. Ähm. Moment. Ich wollte gerade sagen, guck doch in meinen Stream. Also, ich habe Golderz, ich habe Kupfererz, ich habe Zenovo, ich habe Eisen, ich habe Nickel, ich habe Zertus-Quarz, ich habe geladenen Zertus-Quarz, ich habe Tees, ich habe Silbererz, ich habe Zinnerz, ich habe Petroleum, ich habe Bleierz, ich habe Aluminiumerz, ich habe Aluminiumerz, ich habe Bialuriterz, ich habe Kupfererz, ich habe Silbererz, ich habe Bleierz, und ich habe nochmal Eisenerz. Ich habe fast alle Erzsorten, ja, das ist so. Ja, das ist so. Wollen wir jetzt weiter Papier jetzt gemacht? Feierabend. Ach, nein. Der wird jetzt, schon mal ein wenig, die Schmelze aufbauen. Ja, wird auch Zeit. Ja, okay. Ich habe die Schmelze, ich habe die Oli. Ich stehe aber eher aufs Leib weibliche Geschlecht. Bei dir ist manchmal echt komisch. Echt? Dabei habe ich gar keinen Witz gemacht. Nicht? Nö. Jetzt sagen wir auch alle, da sind wir schwanger. Ich hasse diese Höhle jetzt schon. Ach, Gott. Ist der... Ach, ernsthaft. Wieso können wir nicht einfach auch friedlich spielen? Hä? Naher können wir ja auch weh mal im Creatives spielen. Genau das gleiche. Hier, frisst du scheiß Skelettvieh. Piss dich. Warum, Tumanka, ist eigentlich eine Angel, wie bei uns in der Truppe? Weil ich Fisch geangelt habe vorhin. Warum hast du Fisch geangelt? Weil sonst wäre ich noch viel früher gestorben. Und warum, Tumanka, wir kennen es nicht mehr hier. Mir wird mir da ärgern. Ich würde sagen, ich habe hier so einen kleinen, dicken, fetten Grafikfeder drin. Egal. Hast du was gegen kleine, dicke? Nee. Nee. Jedenfalls nichts Wirksames. Sagen wir es mal so. Nein. Alter. Zombie. Au ab. Oh, Herr Seher. Ähm. Haben wir noch irgendwo Erde rumzulegen? Ja, haben wir. Letztlich schön. Oh, Junge, habe ich ein Schwein. Ich höre dich. Ich sehe dich zwar nicht, aber ich höre dich. Das Skelett denkt sich aber gerade, du bist schon relativ alt. Du hörst nicht mehr so gut. Deswegen versucht es dich jetzt irgendwie zu verarbeiten. Nur weil ich Kalksteine im Inventar habe, heißt das nicht, dass ich verkalkt bin. Oh, manchmal ist es komisch. Das heißt ja immer, sag mir mal es nie. Never say no. Ja, du hättest ruhig mal einen Eimer mit drunter nehmen können, dass wir hier Lava haben. Ich kann mir einen Eimer craften, wenn dir das lieb ist. Äh. Du hast ja mit Sicherheit so oder so schon in den Ofen gebastelt. Ja. Ich stehe gerade davor. War nämlich klar. Hey, ich habe überhaupt keine Spitzsacke mehr. Läuft bei dir auf jeden Fall. Ah, Mann. Und das nächste Problem ist, ich habe auch nichts mehr zum Essen. Außer verrottetes Fleisch. Jetzt soll ja sehr, äh, deliziös schmecken, würde ich mir sagen lassen. So, da ist mal ein Portal. Oh. Cool, das ist recht soweit. Ach, du hästiges. Friss und stirb. Wie weiß ich mir denn eigentlich schon? Was? Aufnahme? Ja. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, weil ich weiß, er hat meine Stopp-Rotze. Aufstarten. Ja, dann wird das halt eine Zwei-Stunden-Folge. Ja, mein Nett ist dann halt so. Ein Special. Ja, so ein Etwa, ne? Ich würdel die ganze Zeit nur unter der Erde und du machst einfach irgendwas oberirdisch. Ja, ich mache jetzt gerade die... Wie wer hupt da? Super funktioniert, probier nicht, du Idiot. Äh, ich mache gerade die Tinker-Schmiede. Na dann. Jo, binst du mir jetzt gerade fleißig bei. Ich bin jetzt auch gerade ins Dorf hier stiefelt, um mal den hier Schnudel zu klauen. Hätte ich schon längst gemacht. Na, da hast du ja trotzdem nicht alle, was du brauchst. Das ist es ja. Entweder ist es die gleiche Mine hier, oder es ist eine neue Mine. Ein Eimer Lava reicht, oder? Für den Anfang muss... Muss reichen. Den Kies klaue ich den hier auch direkt mal. Wir brauchen hier keinen Kies. Ähm, ansonsten, ähm, du könntest dir auch einen Eimer machen, oder zwei. Du musst einfach nur ganz runter in meiner Mine. Und dann kommst du direkt auf den Lava-See zu. Ja, du kannst auch ganz einfach machen, äh... Ich lasse es sein und warte bis zur nächsten Folge, bis wir in die Nähe dahin. Was? In der nächsten Folge? Ja, wovon träumst du noch? Naja. Nicht? Wie gesagt, wovon träumst du noch? Ich dachte. Und wo war der Fehler? Du hast gedacht. Du Arsch. Oh, ich hab Lava gefunden. Das nehme ich natürlich auch mit. Was? Was auch immer du meinst. Aber... Du wirst schon recht haben. Ähm... Mir gefällt gar nicht, was ich da hinten sehe. Da guckt mich irgendwas mit lillen Augen an. Und das Ding hat nur ein Auge. Ein Zyklop, würde ich sagen. Nee, das sind auch ganz komische Steine. Sagen wir mal, wo ging das nochmal? Äh, wo warst du? Wo ich war? Nein, Zoom. Ranzoomen. Äh, auf Z? Nee, geht nicht. Bei mir zumindest auf Z gelegt. Ich weiß ja nicht, wo du es hinlegst. Ach, ich weiß, wo ich es drauf gelegt habe. Moment, ich muss das mal zum Dickieren. Das sind ganz komische Steine. Kann das, das verendete, verötete... Äh, wie heißt das? Ich gehe mal näher ran. Pasriger Schmutz. Äh, der Schmarrn. Speckstein. Speckstein. Pasriger Schmutz. Das ist von Tom Croft. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mit Tom Croft kenne ich nicht null aus. Und dann muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich muss da nicht wirklich näher rangehen. Oh, aber da oben muss ich rangehen. So, der Popi-Kopf war fixer runter. Der muss jetzt mal seine Larva holen. Oben ist ein Lebensmühle. Halb am Verhungern komme ich erst mal runter. Jetzt hat es halt. Läuft. Alter, was hast du denn hier für den Yang gegraben? Was denn? Oh, die shit. Eisen verlässt er auch noch hier liegen, der blöde Hund. Und Redstone? Ja, ja, äh, einfach mal aufpassen. Und nicht, dass du irgendwo in die Larva fällst. Lös, General. Genau. Ich heiße ja nicht Gurdl. Das wäre ja auch schlimm, wenn. Es gibt nur einen einzig waren Gurdl. Alles andere sind nur billige Raubkurbinen. Ah, das ist wohl wahr. Langsam kriege ich ein kleines Problem. Wieso? Mein Rucksack wird voll. Wenn ich dich jetzt gleich finde, dann wäre es von Vorteil, weil dann könnte ich nämlich gleich was mit nach oben nehmen. Kann ich dir fast meinen ganzen Rucksack mitgeben. Aber du wirst mich nicht finden, weil ich bin hier so, so weit in die Tiefe eingedrungen, dass ich entweder den gleichen Stollen gefunden habe, nur am anderen Ende, oder einen neuen Stollen gefunden habe. Je nachdem. Ja. Ja. Also deinen Namen sehe ich schon mal. Deinen Namen sehe ich. Inventar schon wieder voll. Echt jetzt? Ja. Kennst du das anders? Ich hätte lang noch nicht so viele Sachen, wenn ich keinen Rucksack dabei hätte. Sag mal, ich habe ab und zu echt immer noch so kleine Micro-Lags. Da drehe ich mich ein bisschen und mache fast eine komplette Drehung. Ja, ab und zu ist es doch schon ein bisschen ekelhafter. Da ist es schon wohl. So, jetzt bin ich hier bei der Lava. Ich bin hier auch bei Lava. Super, ich habe den Eimer weggeschmissen. Wie weggeschmissen? Ja, der ist mir in die Lava gefallen. Einen Glück habe ich mir zwei mituntergenommen und die selber nochmal hier füllt. Oh, cool, ey. Was tust du? Ja, das weiß ich selber manchmal gar nicht so genau. Ähm, das merkt ihr schon. Ich werde mir jetzt nur noch den Gold schnappen und mich nach oben bringen. Genau. Ah, das wäre ein Träumchen. Und das mithilfe der Technik, die sehr trabscheu ist. Oje. Ich werde sterben, ich sehe es jetzt schon. Nein, das ist nicht. Äh, auf welcher Höhe bist denn du? Äh, gerade 15. Auf 15? Ja. Ah, ist klar. Ja, dann bleib mal da, weil dann komme ich mal kurz rüber gestolpert. Ja, jetzt wird mit Lava basteln, ne? Ui. Hier ist ja alle gegangen. Ach, verdammt. Hul! Ach, alter, bin ich gerade zusammengezuckt. Alter. Das kannst du mit nem Gurdl nicht machen. Äh, das Problem ist, ich komme, ich gehe gerade in den Gang rein, gucke, nein, und ich vorhin da links und rechts stecke ein Creeper da und die achten erst was Schönes in den Luft. Jetzt bin ich zu halb. Jetzt bin ich zu halb. Der Papa brauche jetzt erstmal mal zu essen, eigentlich kam ich gerade direkt Schießburay von... Welche Höhe bist du? 13? Ich bin jetzt 11, aber ich gehe wieder hoch. Ich bin 14. Weil da waren keine Diamanten, die habe ich mit. Ne, ich bin auch für 13. Ich komme jetzt schnurstracks gerade auf dich zu... ...Mika? Ich bin jetzt da. So, ich bin jetzt da. Aber du willst doch ein Wittchen da mitnehmen. Weil davon werden wir sehr viel brauchen. Ne, den verschmutzten Scheiß sieht nicht rein. Der macht mir nur zu viele Damage. So, wie war das? Finde ich nicht. Hallöchen. Hier im Dach. Guck mal, muss ich auch nochmal mitnehmen. Ja, wie gesagt. Nächste Folge müssen wir dann wirklich zusehen, dass wir dann mal ganz fix geschmeidig in die... näher kommen. Du? Guck mal her. Moment. Muss man hier noch ein bisschen Material sammeln. Toll. So viel zum Thema Material sammeln. Dann... Spitzackeplatte. Spitzackeplatte. Und die Eimer sind ja gestackt. Dann ist der nächste wollte ich voll machen, dann hat er den vollen in die Lava geschmissen. Naja. Also da kannst du wieder ein bisschen was damit anfangen, ja? Jo. Und wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal nach oben. Das wär sehr schön. Ich hoffe bei der Version ist das nicht so. Bei der Version, die ich hatte, da bist du in den Ofen rein. Und da kommst du gut raus doch. Ne, da bist du in den Ofen rein, also nicht in den Ofen rein, sondern bist hier vorne heran, hast geguckt, was drin passiert und bist auch schon spiegel geflogen. Ne, ich glaube, das wurde jetzt mittlerweile in der Version jetzt schon behoben. Ähm. Darf ich denn meine ganzen Materialien da reinschmeißen? Die Erze an sich hierin. In die unterste rechte Truherin. Okay, warte mal, ich brauch aber erstmal. Äh, wo hast du denn die Bärenbüsche? Die sind hier. Alter, das ist hier alles überall verstreut, das ist normal. Okay, Diamanten sind wo? Da, okay. Okay. Ich hab so viel Sachen, ich kann meinen Rucksack fast nicht mehr machen. Ich sag ja, wir brauchen unbedingt das ME System. Ja, wird nämlich echt langsam für dich. Und auf diese Kistenwirtschaft hab ich überhaupt keine Lust. Aber nicht, dass er trotzdem nicht mehr auf, äh, zu dem gekommen, was ich eigentlich machen wollte. Äh, 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 sorry. Äh, warte mal, verpackt die Maschine auch Zinoboerz? Ah, 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 Baby-Zombie. Du hast jetzt die Enderlily abgedingst. Äh, 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 ähm, ne, Zinoboerz macht die glaube ich nicht. Okay. Äh, Zinoboerz kannst du so direkt wie das hier an die Tore schmeißen. Wo darf ich dir das Kies hinpacken? Da. Ähm, irgendwo da wo Platz ist. Und Petroleum, packst du's Ding Petroleum? Ähm, nipp. Petroleum funktioniert nicht. Wo? Äh. Äh. Creeper hinter dir? Au. Alter, du läufst da auch noch voll rein. Freulich. Hast du noch einen Lava-Eimer? Nein. Ich hab beide Eimer komplett, äh, in die Schmelze gepackt. Damn. Die machen wir jetzt anders. So, was hab ich jetzt noch hier drin? Ähm. Tertus Quartz, Tertus Quartz, hä? Ah, hier. Jaaa, Quartz hast du auch langsam zusammen. Die hat man noch eh mal einen Platz mehr schaffen. Nein! Ach du verrückt das. Was denn? Ah. Ich war zuerst dran. So. Jaaa, sorry. Ich musste mir grad mal einen Tank machen. Ähm. Ähm. Das kann ich aber hier reinschmeißen. Die Zinnbären, weil ich glaub nicht, dass du die da auch durch sieben kannst. Die Zinnbären, die hättest du hier oben in die Obertrue reinschmeißen können. Ähm. Okay. Ähm. Was würd ich denn jetzt sagen? Warte. Invaaa. Invaaa. Ähm. Ich habe mir doch... Bin bescheuert. Ah. So. Aber ich würd mal sagen, wir bänden mal langsam die Aufnahme, ja? Hm. Joaa. Wird langsam mal Zeit, würd ich meinen. So. Naja gut, so viel Action gab's jetzt bei mir nicht, weil es war irgendwie lauter, als was da wirklich drin war. Ja. Und dabei hatte hier unser Black Dragon so viel Schiss. Was? Ähm. Was hatte ich? Ja, er hatte ein bisschen Wammel. Dass mir was passieren könnte. Ja. Dass dir was passieren kann, ja. Das ist so richtig. Jetzt hättest du ja auch schon so ein einiges besser an, ne? Ja, aber ich bin ja Hardcore und... Sag mal, wo sind das Salz hin? Salz in der Doppeltruhe da oben. Ne, hab ich doch grad reingeguckt. Ne, hab ich doch grad reingeguckt. Da sind 27 Stück drinnen. Mitte, untere, äh, äh, vorletzte Teile. Ne, ich bin 30. Ne, ich bin 30. Ne, ich bin 30, ja. Wenn man nachpackt, ist kein Wunder. Ne, ich bin 30. Ne, ich bin 30. Ah. Ah, sehr schön. Schlimm ist schlimm, wenn man so viele Sachen im Inventar hat. und zu wenig Platz um es irgendwo reinzulegen echt furchtbar so Kertet war Enver genau nein das wollte ich nicht alles klar wir brauchen ich brauche 8 Obsidianpulver und 2 Bleibachen das gehört ja aber wir wollten die Aufnahme binden jo das ist so richtig also also ladies and gentlemen welcome nee goodbye ja es ist früh am Morgen ist es ja schon ja noch nicht ganz aber gleich bald also wenn es euch gefallen hat bisher keine Ahnung lasst nur um da eine Bewertung Kommentar wie auch immer da würde ich mal meinen nicht wahr freilich und ich hoffe ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei wenn es heißt keine Ahnung After Human 2.0 mit dem Farbken Godel wie nee niemals und mit dem bekloppten Mr. Black Dragon würde ich meinen schlag mir deinen Namen kennst du es alles so gut in diesem Sinne ich wünsche euch was haut rein bis dann und tschüss bis dann bis dann bis dann